Wir sind ein Haufen junger Leute. Wir treffen uns jeden Dienstag in verschiedenen Burgerläden und haben eine richtig gute Zeit zusammen. Ich komme jede Woche mit meinem Sohn Kilian hierher. Bei uns ist einfach immer was los. Wir sind eine reine Männer-Connect-Gruppe. Der Kilian kommt hierher und spielt mit anderen Kindern und wird dabei liebevoll betreut. Ja, ich war im Gottesdienst und wurde dann zur Connect-Gruppe eingeladen. Zuerst war ich etwas skeptisch, aber mittlerweile ist die Connect-Gruppe ein Ruhepunkt und ein Ort wertvoller Gemeinschaft für mich geworden. Die Connect-Gruppe ist ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden und hat mein Gebetsleben auch sehr verändert. Die Eltern-Kind-Connect-Gruppe ist für mich ein Ort, wo ich auftanken kann und mich mit anderen Eltern austauschen kann. Wir haben eine mega gute Zeit. Wir können zusammen lachen und wir können beten und über private Dinge auch reden. Es ist einfach mega gut. Ich habe meine Connect-Gruppe gefunden. Finde deine. Ich habe meine Connect-Gruppe gefunden. Finde deine. Ich habe meine Connect-Gruppe gefunden. Finde deine. Ich habe meine Connect-Gruppe gefunden. Finde deine.